So, das so funktioniert, ne? Ey, Slash OC oder nicht? Also, du musst T eingeben erst mal. Ja. Und dann Slash OC und dann OOC, nicht OCC. Du bist ja zu blöd zum Schreiben. Bin im Kopf, ja. Also, guck mal, das Ding ist, das ist ein OOC-Chat. Du brauchst nicht im Kopf schreiben. Wenn du im OOC-Chat schreibst, kannst du sagen, ich bin AFK. Verstehst du, was du meinst? Ich sag das OOC mittlerweile auch, gell? Ja, da sieht man mal wie hängen geblieben du bist. Kleiner Schau. Pass auf, ich soll auf den Zerk.